Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Online-Einheit, wo wir uns mit rechtlichen Aspekten beschäftigen werden. Ja genau, da habe ich gleich die erste Frage. Datenschutz ist ja jetzt gerade in aller Munde und irgendwie hängt das doch auch sehr eng zusammen mit der Privatsphäre als solcher. Können Sie uns da vielleicht die Zusammenhänge und die rechtlichen Aspekte näher bringen? Natürlich. Die Sache ist die, die Datenschutzgrundverordnung, wir haben hier auch eine eigene Einheit dazu produziert, ist eben jetzt mit 25.05.2018 mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung europaweit wieder ins Rampenlicht gerückt und es wurde früher immer sehr stark gesprochen von der gläserne Mensch. Heutzutage muss man sagen, dass der gläserne Mensch wahrscheinlich schon viel zu undurchsichtig ist. Man muss eher sagen, der nicht vorhandene Mensch oder der gasförmige Mensch, was weiß ich, weil einfach sämtliche Aspekte unseres Lebens, was einfach durch unsere starke Online-Präsenz, starke Online-Entität, Identität kommt, schon sehr gut ausleuchtbar ist. Also es gibt Algorithmen, es gibt automatisierte Entscheidungsfindungen, es gibt Tracking und so weiter und so fort. Und hier ist es sehr schwierig, wirklich die Privatsphäre sozusagen zu behalten und diese Privatsphäre dort zu behalten, wo ich es zu einem gewissen Grad auch nicht kontrollieren kann. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Messenger-App WhatsApp, die letztlich einfach automatisiert und ohne dass ich das in irgendeiner Art und Weise kontrollieren oder abstellen kann, sobald ich diese App auf meinem Smartphone habe und aktiviere, die gesamten Daten aus meinen Kontakten, also aus meinem Adressbuch letztlich herauflädt in die App und das Ganze dann über See schickt, wo es dann vielleicht oder vielleicht auch nicht mit anderen Daten verschränkt wird. Das bedeutet, dass ich oft auch keine Kontrolle habe, wie ich meine Privatsphäre schütze. Nichtsdestotrotz ist der Datenschutz sozusagen mal der wesentlichste Ansatz, um die Privatsphäre zu schützen, denn es geht darum, im Datenschutz, auch mit der Datenschutz-Grundverordnung, die personenbezogenen, die höchstpersönlichen Daten, also auch Daten, wo ich nicht will, dass die jemand Dritter erfährt, einfach zu schützen. Deswegen gibt es jetzt die Datenschutz-Grundverordnung, die zwar im Kern, wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, gleich ist mit dem Datenschutzrecht, das vor der Datenschutz-Grundverordnung gegolten hat, aber trotzdem erweitert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, oder besser die Möglichkeit, mich beauskunften zu lassen, also wer welche Daten über mich speichert, beziehungsweise gegen Datenschutzverletzungen mittels Beschwerde und auch mittels Klage vorzugehen, sogar Schadenersatz diesbezüglich zu verlangen. Auch das gab es bereits vor der Datenschutz-Grundverordnung schon, ist aber jetzt auch intensiviert worden und ich habe auch die Möglichkeit, Daten löschen zu lassen. Also wenn ich sage, Daten werden nicht benötigt bei jemandem, der Daten verarbeitet, dann habe ich das Recht, diese Daten entsprechend löschen zu lassen. Ich habe auch zum Beispiel das Recht, mittlerweile, das ist wirklich neu, über automatisierte Entscheidungsfindungen auch informiert zu werden. Das bedeutet, wenn ein Algorithmus etwas überprüft, dann, und ich weiß das nicht, dann muss mir derjenige, der den Algorithmus benutzt, um eben bezüglich meiner Person zu einer Entscheidung zu gelangen, zum Beispiel, ob mir etwas zusteht oder nicht, dann muss er mich darüber informieren und muss auch offenlegen, wie dieser Algorithmus entsprechend arbeitet. Sehr interessant. Dankeschön. Jetzt haben wir sehr viel über die Datenschutz-Grundverordnung und über die Rechtslage davor geredet, dass sich nicht sehr viel geändert hat. Jetzt wäre es noch interessant, ob es vielleicht noch andere gesetzliche Vorschriften, Normen gibt, die auch in diese Richtung gehen. Da gibt es eine ganz wichtige Vorschrift, die im Urheberrecht sich befindet. Das ist der § 78 Urheberrechtsgesetz, da geht es um das Recht am eigenen Bild. Da geht es einfach darum, dass niemand negativ abgelichtet werden darf. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit... Negative darf man schon machen, aber das, was drauf ist, darf nicht negativ sein. Ganz genau, ganz genau. Also es darf sozusagen nicht sich auf die eigene Person negativ auswirken, wobei das auch sehr stark subjektiv verstanden wird. Das bedeutet, es muss jetzt nicht unbedingt objektiven Kriterien genügen, also zu sagen, okay, das ist jetzt ein objektiv schlechtes Foto von mir beispielsweise, sondern es reicht zu einem gewissen Grad, wenn ich es als negativ empfinde. Und was hier auch ganz wichtig ist, wenn zum Beispiel Lichtbilder in einer Art und Weise verwendet werden, die so nicht ausgemacht war. Also angenommen, man macht jetzt ein Foto von mir und benutzt es beispielsweise für die Bewerbung dieser Videoeinheiten. Das ist ausgemacht, das ist kein Problem. Wenn die Fotos nicht von mir subjektiv als negativ empfunden werden, da wird man sie mir vorher zeigen, dann wird das kein Problem sein. Wenn aber jetzt dieses Foto genommen wird und sagen wir, in einen Werbekontext, der vollkommen anders ist, zum Beispiel für Reinigungsmittel gesetzt wird, wo ich sage, okay, da habe ich nichts damit zu tun, dann ist das ein anderer Zweck und auch das kann schon negativ sein. Denn ich als Jurist, in dem Fall sogar als Rechtsanwalt, habe in einer Werbung über Reinigungsmittel vielleicht nicht so sehr viel verloren. Oder irgendwo anders, wo man mich dann in irgendeiner Art und Weise als vermeintlich auch Kundperson einfach negativ darstellt. Also auch das kann dazu führen, dass ich die Möglichkeit habe, die Verwendung des Bildes entsprechend zu untersagen. Wichtig ist hier zu sehen, wenn ich jemanden filme, wenn ich jemanden ablichte, dass ich dem seine Erlaubnis habe oder dass das zumindest klar ist für den, dass er hier gefilmt wird. Das kann man zum Beispiel in ein Hausrecht hineinschreiben, dass man sagt, okay, sie nehmen zur Kenntnis, hier werden Bildaufnahmen gemacht. Ganz relevant ist das bei Minderjährigen, also konkret bei Personen unter 14 Jahren, wo zurzeit die rechtliche Meinung sehr stark dahin geht, dass die das eigentlich, dieses höchstpersönliche Recht, nicht selbst erteilen können, weil sie sozusagen die Mündigkeit, also die Lebenserfahrung noch nicht genug haben, aber dass das auch die Eltern gewissermaßen eigentlich nicht erteilen können. Das ist insofern problematisch, wenn eben Bilder von Minderjährigen auf sozialen Netzwerken geteilt werden, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Und soweit ich weiß, gerade Jugendliche setzen derzeit sehr viel auf ihre Privatsphäre, also es werden zum Beispiel auch Messenger-Apps eher gewählt, wo dann die Möglichkeit besteht, Nachrichtenkommunikation wieder zu löschen, beziehungsweise Nachrichten, die sich dann nach einem gewissen Zeitpunkt sozusagen selbst vernichten. Aber wie gesagt, der Kern dieser ganzen Sache, also jetzt bin ich schon fast wieder mehr ins Datenschutzrecht rübergerutscht, aber der Kern dieser Sache, nämlich das Recht auf das eigene Bild und dass ich eben nicht negativ abgelichtet werde, das gibt es eigentlich im Urheberrecht. Sehr interessant, da fällt mir noch eine Folgefrage ein. Angenommen, ich gehe durch Graz, wo wir jetzt gerade sind und filme, so vor mich hin mit meinem Smartphone und dann fällt mir ein, ich würde das gerne zusammenschneiden in einem kurzen Clip, vielleicht ein bisschen Musik drüber legen oder so und das dann gerne auf YouTube hochladen oder vielleicht sogar konkret für eine Band, so irgendwie halt Alltagsszenen, die gut zum Musikvideo passen würden, aufnehmen. Darf ich das dann verwenden quasi? Also diese Aufnahmen zum Beispiel von einer Familie, die gerade Eis ist in der Sonne oder von einem Obdachlosen, der eben, weiß ich nicht, bettelt oder Müll durchsucht oder so, egal, also von bis sozusagen. Darf ich das machen, beziehungsweise was ich mal mit sehen und in einem Gehabe nicht verändern, aufgrund meines Filmens, darf ich es dann dann verwenden? Juristisch gesehen muss man wie immer sagen, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Das mit der Musik ist auf jeden Fall immer sehr interessant. Das ist jetzt nicht Privatsphäre, sondern Urheberrecht, weil ich natürlich immer, wenn ich es mit Musik unterlege, schauen muss, dass ich die entsprechende Lizenz... Ja, bei der Musik ist es klar, ja. Was den Rest betrifft, es kommt ebenfalls sehr stark darauf an. Ich darf ja grundsätzlich einmal in der Öffentlichkeit filmen, auch Gebäude fotografieren. Das ist die sogenannte Panoramafreiheit, die übrigens auch bereits in Europa, in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt ist. Was jetzt Personen betrifft, Personen sind immer ein bisschen ein Problem. Ein Problem sind es dann nicht, wenn die Person als solche nicht erkennbar ist. Also wenn man sagt, es ist so weit entfernt, dass man letztlich das Gesicht nicht erkennen kann, dann ist eben dieses höchstpersönliche Recht, wird gewissermaßen nicht ausgelöst. Wenn dieses Recht sozusagen ausgelöst wird, weil man die Personen erkennen kann, muss man sich noch überlegen, okay, gibt es da eine negative Darstellung oder nicht? Die zwei Beispiele, die Sie gebracht haben, gefallen mir sehr gut. Die Familie, die Eis isst, da könnte natürlich das Problem sein, dass wir, wenn wir Kinder dabei haben, Kinder unter 14 Jahren, die man auf jeden Fall besonders schützen muss. Aber grundsätzlich ist meines Erachtens jetzt an dieser Familie, die so Eis isst, jetzt eigentlich nicht so viel zu finden. Eine Person, die bettelt, die vielleicht Müll durchsucht, das ist etwas, wo ich sagen würde, okay, das möchte die Person nicht. Wenn sie sich sozusagen schon aus wirtschaftlichen Gründen letztlich so erniedrigen muss, will sie wahrscheinlich auch nicht, dass das aufgezeichnet wird. Das heißt, hier würde ich das auf jeden Fall verneinen und würde sagen, okay, da gibt es das Recht am eigenen Bild. Das Bild dürfte eben nicht verwendet werden. Das andere, die Familie, die Eis isst, wahrscheinlich unproblematisch oder eher unproblematisch. Spannend wird es dann noch, wie Sie eben sagen, wenn die ihr Verhalten nicht ändern. Nur weil jemand sein Verhalten nicht ändert, darf ich nicht auf irgendeine aktive Zustimmung schließen. Das heißt, bloßes Schweigen, bloßes Nichtstun, bloßes Passivsein ist jetzt nicht zwangsläufig eine Zustimmung. Da würde ich eben sehr vorsichtig sein. Beziehungsweise kommst du dann natürlich auch immer darauf an, wenn ich sage, okay, ich filme nur so für den Eigengebrauch, weil ich sage, ich mache dann Video von meinem Aufenthalt, von meinem Kurztrip nach Graz, wahrscheinlich nicht so problematisch, weil ich das nicht teilen werde. Wenn ich jetzt aber ein Musikvideo nehme, das dann auch vielleicht wirklich dazu führt, dass das Ganze im Fernsehen gespielt wird, dass das Ganze auf YouTube, was sich wie viele Klicks hat oder auf verschiedenen Videoplattformen einfach verwendet wird, das ist natürlich auch anders zu bewerten. Okay. Das heißt, so einfach ist es dann nicht. Das ist sonst nicht positiv abgebildet und fertig. Leider nicht ganz so einfach. Nicht ganz so einfach. Wenn es nicht ganz so einfach ist, das führt mich zu meiner nächsten Frage im Grunde. Jetzt habe ich was gemacht sozusagen und es hat nicht ganz gepasst. Wird man wahrscheinlich dann irgendwann einmal ins Strafrecht abgleiten werden? Welche wichtigen Aspekte kann man da noch herausheben? Da kann ich ein bisschen beruhigen. Das Strafrecht, was ja von der breiten Öffentlichkeit immer als eines der plakativsten Rechte einfach wahrgenommen wird, einfach weil hier auch sehr viel darüber berichtet wird, ganz genau, Strafe und Gefängnis und aufsehenerregende Gerichtsprozesse ist eigentlich im Datenschutzrecht wie auch im Urheberrecht nicht ganz so relevant. Man muss dazu sagen, es gibt im Datenschutzrecht und es gibt auch im Urheberrecht gibt es Normen, die unter Strafrecht fallen. Also die quasi gerichtliches Strafrecht, nennt man das, entsprechend bedeuten würden. Also wo theoretisch eine Geldstrafe oder sogar eine Gefängnisstrafe verhängt werden können. Diese sind aber meines Erachtens im Urheberrecht sehr stark zu vernachlässigen. Im Datenschutzrecht geht es eher in Richtung Verwaltungsstrafbarkeit, also Geldstrafe, aber keine Gerichtsstrafe. Das bedeutet, dass das Strafrecht an sich schon etwas mit der Privatsphäre natürlich zu tun hat, aber das Ganze auf einem ganz anderen Level arbeitet. Also während ich bei einer Datenschutzverletzung, bei einer Verletzung des Recht auf eigenem Bildes eher in die Richtung kommen werde, dass ich dem Opfer Schadenersatz zahlen muss, was letztlich zivilrechtlich ist, ist es im Strafrecht eigentlich mehr so, dass sich in den letzten Jahren insbesondere Delikte herausgebildet haben, beziehungsweise neu geschaffen wurden, wo es sehr stark um diese Problematiken der Privatsphärenverletzung dreht, die sich einfach in den letzten Jahren insbesondere durch Online-Medien ergeben haben. Wir reden hier... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ist das dann die beharrliche Verfolgung, beziehungsweise Stalking und diese Richtung sozusagen? Ganz genau. Also die breite Öffentlichkeit kennt es als Stalking, also mit jemandem immer wieder Kontakt aufnehmen, das Ganze kann online passieren, das Ganze kann offline passieren, und da gibt es auch das sogenannte Cyber-Stalking, also die beharrliche Verfolgung nennt sich das im Strafrecht, in ihrer Begehungsform einerseits offline, also ich suche jemanden auf, ich schreibe ihm Briefe, aber auch online, also ich nehme mit jemandem auch über Fake-Profile beispielsweise immer wieder Kontakt auf. Hier gibt es einfach die Möglichkeit, das auch entsprechend zu bestrafen und abzustellen. Es gibt mittlerweile auch das sogenannte Cyber-Mobbing, also quasi die Herabwürdigung von einer Person in der Öffentlichkeit, in dem Fall dann auch online, also im Cyberspace, wo ich eben auch die Möglichkeit habe, jemanden entsprechend zu bestrafen. Natürlich habe ich auch hier immer noch die Möglichkeit von Schadenersatz oder den sogenannten einstweiligen Verfügungen, wo ich den quasi auftragen kann, dass er sich nicht in meiner Nähe aufhalten darf, dass er nicht mit mir Kontakt aufnehmen kann oder darf. Aber wie gesagt, diese Social-Media-Delikte gewissermaßen, Cyber-Stalking, Cyber-Mobbing, die sind ja noch eher sehr jung und schützen letztlich zu einem gewissen Grad die Privatsphäre. Sehr schön. Dazu habe ich jetzt eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das freut mich. Dankeschön.